Musik Wir kommen ursprünglich aus dem Wackenguss, haben dann entschieden, unsere U-Modelle mithilfe des 3D-Drucks herzustellen und Kosten zu sparen. Musik Ich heiße Nico Kurz, ich bin jetzt in der dritten Generation hier im Unternehmen tätig. Mein aktuelles Aufgabengebiet leite ich dem Modellbau bei uns in der Firma, das ist unsere größte Abteilung. In der Zukunft ist mein Ziel danach, die Firma von meinem Vater zu übernehmen und sie weiterzuführen. Musik Die HP Multi-Jet Fusion Technologie ist um ein Vielfaches schneller wie normale SLS-Verfahren und dadurch hat man halt einfach auch einen Kostenvorteil. Dieser Kostenvorteil liegt vor allem in der Geschwindigkeit. Am Ende interessiert den Kunden eigentlich nur, ob er seinen Teil schnell kriegt, was für eine Materialität er hat und ob das nach dem gleichen Standard hergestellt wird. Musik Mein Name ist Andreas Burger. Ich bin zuständig für Innovationen und neue Technologien, sowohl in den Prozessen als auch in den Maschinen und Anwendungen. Musik Wir betreiben 3D-Druck seit 1994. Wir haben viele Maschinen gekauft, sind gekommen und gegangen. Auch Softwarelösungen, die dazu nötig waren. Und bis jetzt gab es keine durchgängige Lösung. Bis jetzt sind wir darauf angewiesen gewesen, immer einzelne Software-Elemente miteinander zu verbinden, zu konvertieren. Die Durchgängigkeit war nicht vorhanden. Wir haben uns daher für Siemens NX entschieden, um den digitalen Prozess in den 3D-Daten und alles dazugehört zu optimieren. Und wir sind sehr zufrieden damit. Musik Mein Name ist Christian Reinhardt und ich bin verantwortlich für den kompletten 3D-Druck-Bereich hier bei Modell Baukürz. Durch die Kombination aus der Benutzung von Siemens NX und der HP Multi-Jet Fusion Technologie ergeben sich für uns große Vorteile. Durch das 3D-Nesting, das Platzieren der Bauteile im Bauchraum selbst enorm beschleunigt wird. Wir gehen hier von ein bis zwei Stunden pro Bauraum aus. Und die Nutzung des Druckers selbst wird natürlich auch wesentlich effektiver. Desto mehr Bauteile ich auf einmal produzieren kann, desto effektiver nutze ich meinen Drucker. Siemens hilft uns in der Form, dass wir einen durchlaufenden, wiederverwendbaren Prozess haben, der immer wieder gleich ist, der uns von funktionellen, sagen wir mal, Designideen zu wirklich fertigen Teilen bringt. Die Conmatics hat mit uns zusammen die NX-Software vor allem für den 3D-Druckbereich eingeführt, hat mit uns die ganzen Schulungen gemacht, hat zusätzlich die Schnittstelle zu der HP-Technologie angemacht. So können wir in Zukunft auch, wenn wir Fragen haben, irgendwelche Probleme auftreten, nachfragen und haben dann einen guten Partner im Hintergrund. Die NX-Software-Technologie Untertitelung des ZDF, 2020